Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass nicht nur wir hier sind, sondern auch Sie oder ihr. Und das war natürlich soeben Kevin Dean. Und nach dem Stück sagt man natürlich, wer hier sonst noch alles auf der Bühne ist. Wir wollen starten mit einem alten Klassik von Duke Ellington. Allerdings nur genug handelt. Es ist immer gut, wenn alle Musiker mit dem gleichen Stück machen. Deshalb ist im Zweifelsfall Nachfragen immer eine gute Idee. So, don't be around you anymore. Untertitelung im Auftrag des ZDF Jede Aufragung im Auftrag des ZDF Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020